Es sind so eine, die so erzählen, und die Eltern sollten nicht auf die Uhr schauen, nicht mehr. Ich glaube, langsam geht's los. Ja? Die Kinder sind schon zwölf Stunden auf den Füßen, ne? Und ich hab recht. Alle haben die GoPro. Ich brauch den Scheiß nicht, ich geh zu. Dann kannst du mal filmen, oder Mo? Willst du das Daddy-Camp filmen? Läuft die? Was ist da an? Ja. Nur was du in die Hand gedrückt. Was da unten drückt. Das blinkt auf jeden Fall. Es ist... Läuft. Soll damit auch was gemacht werden, oder nur halten? Nur halten. Aber wenn du jetzt sagst, muss ich auch von hinten mal fotografieren. Das ist deine Kamera, ich muss es danach nicht sehen. Ich könnte nicht verstörende Fotos machen. pee... Ruhe. Undipphh. pod sport. ので ihr こんにちは. Das istestaern. Pfarr! 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 ähr! Pfarr! 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 Applaus Auf! Auf! Ist das denn dabei? Ist das denn kein Kampung? Bleiste Hose! Nein, das ist klar! Steine Hand, in Achtung! Komm hier! Steine Hand, in Achtung! Das ist mein Job. Das habe ich auch. Die fehlten Tropfen und stecken die noch rein. Soll ich die Tropfen bauen? Bauen den Stöpsel. Mund aufmachen. Schön trinken. Kannst du das noch sehen? Kannst du kein Blut sehen? Doch, aber nicht vor dem Wettkampf. Dann solltest du nie mit mir am Wettkampf gehen. Ich wollte jetzt sagen, wir müssen da kein Problem schaffen. Ich habe auch schon in den OPs, wo du guckst mit Leuten abgeschrieben hast. Und habe schnell dran gestalten. Mein letzter Wettkampf, der muss abgebrochen. Warum macht man sowas? Ich war entrasiert. Ah, klar. Haben die noch gelebt, oder war das Autopsie? Ja, die haben noch gelebt. Mein letzter Wettkampf war gut. Den haben wir abgebrochen. Man ist das warm. Dann kommt es zur Luftröhre da drüber. Wenn ich das Ding, was der mir in den E-Ball reinsteckt hat. Lass da die Dänke hoch. Lass die Dänke hochlassen. Los, los! Jawohl, ohne fließe! Stopp, stopp, stopp. Los, das! Los, Steffen! Los, Steffen! Die wieder macht das. Lockerbleiben, lockerbleiben. Sieg noch. Sop. Das Problem bei diesen Stöpseln ist, wenn man dann ausschnauft, dann fliegen die raus. Hier vorne, hier vorne, da liegt meine Tasche. Hier kann ich so ein Ding Taschen führen, die ich in Fotografie habe. Das ist ein Obstsack. Immer vorne rein. Da müsste so ein Ding sein. Das gehört zum Tropfen. Siehst du? Halte mich nur! Keine Kopftreffer! Arme durch den Mund! Arme durch den Mund! Außen laufen sie. Da ist deine Delmo! Und raus und so. Ein hab ich noch. 16 Sekunden noch. Ein hab ich noch. Nein, ein Rucksack. Ein Rucksack geht da lieber. Ein roter Rucksack. Hä? Nehmen wir alle. Komm mit, auf. Ja, ja, rein lassen. Bleib rein lassen. Komm mit, jetzt geht eure Kast. Ja, geht's. Go, go. Komm mit, jetzt geht's. Komm mit, jetzt geht's. Kast, kast, jetzt geht's. Aufstehen wir.